Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Walnusscreme. Die Walnusscreme FRZ Creme Aux Noa ist eine leichte Creme aus dem französischen Baskenland. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. 125 Gramm geschälte, gemahlene Walnüsse. 125 Zucker. 600 Milliliter Vollmilch. Ein Esslöffel Stärkemehl und drei Esslöffel Vollmilch. Gemahlener Zimt. Folgende Utensilien werden benötigt. Topf, Teigschaber, Schüsseln, Küchenwaage, Schneebesen, Schüsseln. Zubereitung. Die Milch zum Kochen bringen, den Zucker mit den Walnüssen zugeben. Diese so lange kochen lassen, bis sich die Nüsse mit der Flüssigkeit vollgesogen haben. Die Stärke mit der Milch verrühren und die Creme damit binden. Die Creme in Förmchen füllen und erkalten lassen. Vor dem Servieren die Creme mit dem Zimt bestäuben. Als Beilagen eignen sich Schlagsahne, Vanillesahne, Schokoladen- oder Vanillesauce, Schokoladen- oder Vanilleeis. Diese Varianten gibt es. Etwas Inländerrum optional nach dem Kochen in die Creme rühren. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Zubereitung